So, da ist ja der Verfallstag. Wollen die Marktteilnehmer oder wollen sie nicht? Das ist die ganz große Frage, die es noch zu klären gilt. Aktuell zumindest mal muss man sagen, wir haben ja die letzten Tage immerhin eine Aufwärtsbewegung gesehen. Das ist für viele schon ein bisschen verheißungsvoll. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig überzeugend finde ich die Bewegung nach wie vor nicht, die wir hier nach oben haben. Dafür ist sie mir viel zu korrektiv. Wenn wir hier im 4-Stunden-Chart gucken, diese Gegenbewegung, die wir innerhalb dieses Anstiegs haben, das ist mir zu viel Rücksetzer, zu weit immer wieder überschneidend. Ich habe noch nicht so richtig den Eindruck, dass die Marktteilnehmer Lust auf steigende Notierungen haben. Also, S&P 500 gefällt mir, was das angeht, gar nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Der hintere Teil ist, die letzten paar Stunden sind ziemlich deutlich hier nach unten. Wenn wir uns das mal im Nahkampf-Chart angucken, naja, immerhin deutlich runtergelaufen. Was soll man sagen? Ich muss sagen, ich bin, I'm not amused, würde man vielleicht, würde die Queen, hätte das gesagt. Ich finde es nach wie vor keinen echten Bullenmarkt, den wir hier beim S&P 500 sehen. Und das ist auch schon, naja, das Interessante, weil dieser Markt ist anders als alle anderen. Zumindest mal als der Nasdaq, denn der ist tapfer nach oben gelaufen. Und hier ist es zwar auch nicht so perfekt, aber er hat sich so weit nach oben durchgeschlagen, dass er wenigstens etwaigelungen Situationen getriggert hat. Jetzt im Moment ist er gerade in der Abwärtsrichtung. Das darf natürlich zwischendurch mal sein. Wir sehen, dass wir hier, ihr seht, dass man das im Viertelstunden, im Fünf-Minuten-Chart hier sogar erkennen kann. Starke Richtung, schwache Richtung. Für meinen Teil wäre es ein bisschen zu, ist es ein bisschen zu klein. Ich hatte eigentlich gehofft, das Video ein paar Minuten später machen zu können. Wenn er dann hier ist, dann hätte ich gesagt, guck mal, hier ist eine schöne Short-Situation für die ganz kurzfristigen unter euch. Jetzt dreht er allerdings vorher schon nach unten weg. Das ist mir ein bisschen zu klein als Rücksetzer. Trotz alledem ist das die starke, das die schwache und es bestätigt sich die starke Richtung vorläufig. Also insofern aktuell. Für heute habe ich irgendwie den Eindruck, dass die Abwärtsseite die ist, die die Marktteilnehmer lieber mögen. Ob das bis zum Tagesende ausgereizt wird, das werden wir dann noch sehen. Aber es sieht zumindest mal überhaupt nicht nach der bullischen Richtung aktuell aus. Ich habe es eben angedeutet, übergeordnet, immerhin haben wir hier einen deutlichen Anstieg. Wenn wir jetzt hier, naja, zumindest mal irgendwie sehr korrektiv in den nächsten Tagen nach unten kämen, dann wäre das ja zumindest mal eine realistische Chance, dass wir diesen Ball wieder aufgreifen, also oberhalb bleiben. Das würde durchaus auch passen zu dem, was wir beim Dow Jones haben. Beim Dow Jones eigentlich rechnen wir mit einem Dreh nach oben. Aber auch hier gilt, haut euch das an. Die Marktteilnehmer seit dem Tief, das ist die Tiefmarke hier, ist der Kurs hochgegangen, runter. So weit, so okay. Dann weiter hochgegangen, alles schön. Und dieses Tief ist schon wieder niedriger als das. Das ist also jetzt die Begeisterung der Marktteilnehmer. Ich habe so meine Sorgen, dass die Marktteilnehmer das noch nicht so richtig ernst nehmen mit der Aufwärtsrichtung. Dass das zwar ein ganz toller Gedanke ist hier, aber sie haben offensichtlich keine Lust. Sie bemühen sich zumindest mal nicht in diese Richtung. Also insofern, ich bin noch nicht so wirklich überzeugt davon, jetzt die Short-Seite, Entschuldigung, die Long-Seite zu machen. Jetzt die Short-Seite zu machen, scheint mir eher noch die bessere. Wobei nach so einem Rücksetzer oder hier im 4-Stunden-Chart mir das lieber wäre, wenn der Kurs hier jetzt dann als nächstes eine Korrektur macht. Denn ich kaufe ungern auf irgendeinem weit entfernten, nachdem der Markt schon weit gefallen ist. Sondern ich möchte eine Pause sehen und nach der Pause bin ich dann gerne wieder mit dabei. Ihr seht, also so richtig begeistert bin ich nicht. Ich muss gestehen, das was wir hier jetzt sehen als Marktbewegung, reißt mich nicht vom Hocker. Weder auf der bullischen Seite, noch dass ich in diesem Moment jetzt auf der bärischen Seite was machen kann. Außer auf dem ganz kleinen Bild, solange es dreiwellig nach oben geht oder irgendwie wackelig nach oben geht, sind das Anzeichen dafür. Aber für Bullish, ich weiß es nicht. Obwohl die Nachrichten, die man jetzt gehört hat, JP Morgan hat doch jetzt vermeldet, ja die FED möglicherweise zwei, wie viel haben sie gesagt? Zwei, ich habe es schon wieder vergessen, 2 Trillion war es glaube ich. Genau, 2 Trillion will die FED bringen. Das ist eine Menge Holz, um es mal zu übersetzen. Das sind 2 Billionen US-Dollar. Das ist eine Hausnummer, die die FED möglicherweise für die Banken und die Bankenkrise parat hält an Liquidität. Na gut, wollen wir uns mal überraschen lassen, ob das tatsächlich kommt. Eigentlich müsste ein solches Liquiditätsversprechen im Markt für Aufruhr sorgen. Denn wir wissen, Liquidität hat uns schon ein paar Mal nach oben gesaugt. Die Marktteilnehmer, blättern wir nochmal durch. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich bin wenig kaufbegeistert, was das im Moment angeht. Noch sind die Chancen dafür nicht rum. Warten wir mal ab, ob wir nur eine Korrektur hier reinbekommen beim Nasdaq hier, beziehungsweise beim Dow Jones. Auch nochmal halt hier ein bisschen rumeiern, bevor es dann losgeht. Die Chance ist ja noch da auf dem Dreh. Allerdings, möglicherweise versuchen die Marktteilnehmer jetzt auch bis zur Sitzung am Mittwoch, wenn die FED dann tagt und ihre Zinspolitik und vor allen Dingen das Statement dann abgibt. Vielleicht gibt es bis dahin dann den echten Impuls mal nach oben, den sich viele erhoffen, viele erwünschen, aber der im Moment noch nicht zu sehen ist. Für den Nachmittag, also ich bleibe dabei, eher die Abwärtsseite wohl der Nasdaq. Der S&P ist abwärts, der Dow ist abwärts. Gucken wir uns den DAX an. Der ist heute ebenfalls eigentlich quasi nur abwärts gelaufen. Wir sind ein bisschen nach oben gegappt, aber seitdem in einer Linie nach unten. Wo ist die gute Stimmung? Also es bleibt voraussichtlich noch ein bisschen schwermütig im Markt. Wackelige Aufwärtsseiten laden für weitere Shorts ein in allen Indizes. Begeisterung, ihr hört es an meiner Aussprache, fehlt nicht nur im Markt, sondern auch bei mir. In diesem Sinne drücke ich euch aber die Daumen, dass ihr auf der richtigen Seite liegt. Mehr kann ich dazu eigentlich im Moment nicht sagen. Vielleicht lieber die Einzeltitel mal angucken. Vielleicht als kleine Hausaufgabe. Es gehört nicht in das Index-Update des Nachmittags. Aber guckt euch mal den Euro gegen US-Dollar an. Und vielleicht fällt euch dann ein Verhaltensmuster auf, das ihr interessant findet. Ich finde es allemal. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.